Ich gebe das Handy weiter an jemanden, der bis vor kurzem noch eine Maske getragen hat. Ich gebe das Handy weiter an die Spielerin, die besser Deutsch spricht, als sie denkt. Ich gebe das Handy weiter an eine Spielerin, die sehr schlau ist. Ich gebe das Handy an eine Spielerin, die zum Frühstück Nutella liebt. Ich gebe das Handy an jemanden, die die Drogen immer dabei hat. Ich gebe das Handy weiter an eine Spielerin, die immer eine Banane dabei hat. Ich gebe das Handy an eine Person, die immer für gelbe Karten gut ist. Ich gebe das Handy weiter an die Spielerin, bei der ich im Training am meisten am Trikot ziehen muss.